ich habe das gefühl dass die langsam irgendwie den geist aufgibt aber ich nehm auf du kannst starten ok cool was hast du mal für eine gaming capture card die du hast hdml kloner box ok wie teuer war die überhaupt so 140 bohr ich habe für meine capture card ich meine ich habe die für 60 euro oder so bestellt oder 70 und die nehmen trotzdem fuller d auf also wenn du meine capture card gekauft hättest dann ja hättest du schon gespart sag ich mal ja aber wenn ich zum beispiel war hat 8 online-netsplay spielen möchte dann muss ich aber dafür auch das game wenn ich dann die gaming wenn wir wenn ich dann die box da an der wu anschließend ist der bildschirm ok das ist natürlich scheiße ich krieg nur scheiße hast du furiosa items oder normal items eingestellt ok merke ich gerade nichts von leider ich krieg mir piranha ok und hier auch nicht ja jetzt war ich auf der wiese du hast gewonnen ja kurz mal auf die wiese aber ja ich glaube das wird ja ja nein ich krieg die grenze ich glaube es nicht das war das ne das war nicht fair ich habe mich dann ob ich danach überhaupt noch live streams dann machen kann so weil ähm ich habe mein mir immer noch nicht geändert ne ich glaube ich werde weiter so bleiben loser ja schlechter verlierer bin ich naja es gibt halt tage es gibt halt phasen ist halt so die leute die in deinen server gekommen sind das sind äh die von äh das anthony server ja ich erkenne manche wieder ja candybaby oder wie der heißt lol oder chocolate oder äh hier irgend einen nimmst du jetzt eigentlich wieder häufiger fichtenbock oder immer noch gocard äh ich wechsle ab und zu mal ab also ich habe jetzt wieder bock mit dem fichtenbock äh heftig ach boh boh wir sniped ja ankennt ihn echt zweitmal ne kunst von mir mhm 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 Mann, du bist echt gut ey, heftiger Typ. Ja, ich hab mir auch letztens so Drift Techniken angeguckt von Sova und Mitglieder. Die machen mir halt so gerade auf den Drift. Heftiger Typ. Ich glaub, das war's. Komplett, Alter. Hast du, aber hast du wieder keinen, äh, freien Lack? Nee, ich hab heute einfach keinen Lack. Obwohl ich heute Global gezockt hab und ich war echt gut am Start, also. Aber jetzt sieht man nix davon, leider. Oh, 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 oh. Ja, das war nur Glück. Ja. Ja. Ich war Eis. Ja, da sieht man schon Fourier-hose-Items ja. Mhm. Auf dem letzten Drücker. Aber was mich dann frage, ob ich dann zum Beispiel bei meiner Box hier, wenn ich dann den Kanalfehler erstelle, ob ich dann andere Videos dann in das ein gesamte Video rein tun muss oder ob ich da einfach alles in ein Video reinpucke, aber ich weiß nicht, ob das geht. Ja, muss mal probieren, muss mal gucken, ey. Nimm mal an die Straße, bitte. Hab ich schon, hab ich. Kennst mich doch. Danke. Jo, gerne. Ich muss gucken auf die Uhr, weil ich muss halt früh schlafen und weiß ja Bescheid. Also ich, 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 ja von 6 bis 12. Ja. Ist halt ein Nachteil, so dass ich halt früh arbeiten muss, aber ja. Wann ich pennen muss? Boah, 4-3-Grüne. Das schmeckt. Ich würd gerne mal bei dir mal, ich weiß nicht, so besuchen, so hätt ich irgendwie Bock und einfach mal so zu zocken, weißt du so. Die Art müssen gehen, damit der Rache, ich sei schon mal so traurig, aber in letzter Zeit krieg ich die öfter. Mhm. Ey, wenn ich vielleicht mal Urlaub hab, ne. Ähm, ich weiß nicht so, ob du vielleicht mal möchtest, so dass ich dich mal besuchen soll oder so. Ob du vielleicht Lust hättest, so. Dann halt, dann können wir ja mal so MK8 zocken, weißt du so. Ja, ich weiß nicht. Er hat schlecht Bock, ey. Boah, dann warte mal, wir können das mal so ausmachen. Wir können dann mal, wir können dann mal... Nein! 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 Ist runtergefallen? Ist runtergefallen? Oh, du Scheiß! Ey! Scheiß! Ja! Ich krieg einen Pilz, ey! Ja, ja! Ja, ja! Ja, moin! Hast auch einen Pilz bekommen, ist klar! Lacker! Ja, moin! Du kriegst einfach drei Panzer, was ist das für eine Frechheit! Echt! Na! Bitte! Mann! Ist das scheiße, ey! Du hast gewonnen, ey! Du... Du kriegst Pilz, echt! Scheiße! Ich hab dich eigentlich noch erwischt, oder? Ja, aber das hat doch eh keinen Sinn gehabt! Ja, ja! Lach mich nur aus! Ja, ja! Aber ein Rennen noch! Ja, also... Ist jetzt noch nicht... Ende! Das letzte Rennen zählt! Ja, das letzte Rennen zählt! Joschis... Nimm mal Joschis Piste! Komm! Abschlussmap! Das letzte Rennen... Na, komm! Jo! Weiß dein... Weiß dein... Weiß dein Video ist... Ja, aber... Weißt du, ich glaub das ist echt ein kurzes Video, ne? Wenn wir dann aufhören... Glaube ich... Ja, ja, genau! Ja! Musst du jetzt gleich schon direkt um 8 Uhr fennen, oder? Nee, ich kann bis 9 Uhr, also... Bis 9 Uhr ist Maximum! Also, können wir noch bis... Ja, normalerweise... Normalerweise bleib ich ja auch immer bis 9 Uhr, aber ich möchte... Aber ich versuche in letzter Zeit... Ähm... Malung 8 Uhr... So... Willst du mal das hier noch was zu sagen? Jo! Jo! Okay, okay! Wir können's ja am Wochenende nachholen, also... Dass wir halt... Nochmal ein 1 zu 1 machen, weißt du? Also, das heißt... Morgen, ne? Oder so... Okay... Boah... 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 Oh... Scheiße... Bin ich ein brauer Idiot?! Okay, ich glaube, das sieht gut aus für mich... Nee, ich wollte ne Bombe irgendwie entholen, über die Abflücksung werfen Oh Ich hatte die Füße und dann flieg ich da Genau in die Bombe Naja, vielleicht kriegst du gar nicht Glück Ne Blue Shell Und dann noch ein Stern oder ein Blitz, wer weiß Poriose Items, ne Hast du denn dein Fisk gehabt? Oh man, ich glaub Ben, ich hab noch so einfach gefasst Boah, ohne Scheiß, ich bin grad so im Flow Ja, jetzt ist der Luz aber im Flow hier So muss das doch sein Oh man, da bin ich auf die Wiese Und tschüss Er ist da Und Gleichstand Man kennt ihn Man kennt uns Man kennt ihn Man kennt uns Ja 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 Also keiner ist halt der Beste, ne Wir sind halt gleich stark Kann man sagen Aber ja Ich find dich Ich find dich Ich find dich besser Ja Mhm Aber ich muss echt sagen Du hast echt wirklich auch Skill Also mehr Skill gehabt als ich Aber egal Okay Anschließend Haben wir doch beide wieder den Sieg Ja Ja Okay, soll ich noch schnell 200 CCM machen? Oder Nochmal schnell Auf Krampf Ähm Warte Ich muss kurz Ähm Zeh 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 Dann können wir nochmal kurz Jo, okay Ich Okay, dann kann ich mal kurz, ne Bis gleich Dann kann ich eigentlich im Sprachbleib Ich mache Ehm Mikro außer Jo Bis gleich Bis gleich Mit Hendo Ey Hör mal zu Hör mal zu Ähm Ich hab jetzt leider ausgemacht Weil ich muss jetzt langsam aufhören Ich hoffe mal Ja, ich muss jetzt leider aufhören Also ich hoffe mal Das ist jetzt nicht so schlimm Wir können es ja morgen nachholen Wenn das okay ist Oder Wie du magst Ist das okay? Ja Wie gesagt Ich bin aber morgen bis äh Zehn Uhr nicht da Also Wie lange bist du nicht da? Bis zehn? Bis zehn Uhr bin ich nicht da Weil da bin ich ja Bei der Eistasco Da bleibt bis zehn Uhr Nachts? Ja Echt? Okay Ja Ja Dann Erst nach Hause Weil äh Wir haben hier in Born Bei uns einen jungen Treff Und ähm Der fährt da morgen hin Also da Da fahr ich da mit dem Ja okay ähm Ja okay ähm Ich nehm grad noch mit der Audio auf Sehe ich grad Also mit dem Mikrofon Ja moin Ja gut äh Dann Ich hoffe mal Das ist jetzt nicht so schlimm Also dann können wir das ja Einen anderen Tag nachholen Wenn wir es morgen nicht hinkriegen Dann lass uns das einfach irgendwann Nachholen Ja Genau Alles klar Gut Ich muss mich noch duschen alles Und so ein Kram Und ja Hab schon alles gemacht Alles klar Okay Ja gut dann ähm Hau rein ne Schönen Abend noch Jo Gute Nacht Jo Und Die Tage mal Ja genau Ciao Ciao Boah